hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von fallout 4 ja wir sind noch mal an dieser aufgabe dran aschenbecher nehmen wir nicht mit ich weiß nicht ob ich den du da schon besiegen kann deswegen vielleicht machen wir auch erst mal dass wir hier einfach nur mal looten und den du da oben ein andermal bekämpfen könnte glaube ich die bessere variante sein vorm oder jetzt noch ein drittes mal stellen weil der ist extrem stark ölkanister den drehstab kopf lassen wir mal da medex nehmen wir natürlich mit seife nehmen wir auch mit ach so da kommen wir von der seite nicht rein so den mr handys machen wir mal klemmbrett telefon nehmen wir mal mit schreibmaschine nehmen wir mal mit das müssten wir auch genau männer haarbürste gold uhr gold und nehmen wir mal mit teflon schicke haarbürste das kalpel gibt glaube ich auch nur stahl ne das schloss krieg ich nicht auf ok dann gehen wir unten durch den immer noch mit sicherung sicherung ist immer gut da habe ich glaube ich letztes mal gar nicht geguckt ne fällt mir gerade so ein aktenschrank aktenschrank so der dude ist besiegt dann können wir gerade noch mal looten der war nicht besiegt ich dachte er wäre können wir gerade mal ein happen essen köterkeule hier noch irgendwas der helm ach das putzmittel genau den kleber ups ja das aua so wo kam der denn jetzt her der mr handy psychon nehmen wir mal mit eiter sack klingt eklig nehmen wir trotzdem mit schmortopf nehmen wir mal mit Milchflasche Milchflasche lassen wir so ach so dann müssen wir hier durch gucken wir mal hopperk hopperk hopperla 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 einen haben wir noch oh das war knapp das war knapp so kann man auch noch ein paar schicke sachen mitnehmen terpentine das klemmbrett gibt ne den schutzhelm wollte ich nicht das klemmbrett gibt halt federn stahl hätte ich jetzt nicht nehmen brauchen klemm klebeband klebeband haarklammer box tschuldigung stahl nehmen wir auch noch mal mit so sicherung nehmen wir mit du und deine ehre so wir gehen dann mal den lassen wir mal noch alleine und den kümmere ich mich irgendwann später mal jetzt erst mal nicht jetzt erst mal nicht ah mit dem injektor können wir die spritzen ich glaube ich habe aber keinen ne stimmt so ich hätte gerne noch eine reparaturstation mal wieder aber es scheint eher mau auszusehen oh da ist da sind die big boys da waren wir auf dem schiff schon ach doch da waren wir schon drauf da war leer ich erinnere mich dies war leer da können wir nochmal runter gehen kampfflinte kronkorkenpatrone kronkorkenpatrone den rest lassen wir tada tada gucken wir mal was wir hier noch haben siedlungsrekrutierungssignal sollte ich das mal verfolgen kommen wir da kommen wir drauf aber das ist die frage lohnt es sich nein es lohnt sich nicht können wir hier nochmal gucken können wir hier nochmal gucken da kommen wir eher nicht drauf habe ich den eindruck hier schon aber auf das schiff doch kommen wir drauf sehr gut sehr gut aber ich glaube die chancen dass wir hier was interessantes finden da könnten wir hinschwimmen wenn wir keine rüstung an hätten frage ist macht das sinn ich frage ist macht das sinn eher nicht ne ja hier ist auch leer da will ich nicht unbedingt durch stapfen ich hoffe wir kommen hier wieder zurück äh kommen wir nicht dann müssen wir halt doch da durch so was ist eigentlich unser ziel was ist überhaupt unser ziel hangman's alley sollen wir säubern radar problem nordhagen beach und zur ebanese farm hangman's alley war hier irgendwo ne ja die sollen wir räumen ähm da ist die ebanese farm und das andere war doch hier irgendwo dazwischen oder nordhagen beach dahin machen wir erst hangman's alley und dann nordhagen beach oder machen wir erst nordhagen beach dann müssten wir da rumlaufen ne hier da am ufer entlang am geschicktesten wahrscheinlich ok da sind radar oder irgendwas ups so hallo hallo so wir haben ne reparatur station ja sehr schön sehr schön sehr schön dann können wir hier mal reparieren da können wir reparieren reparieren ist erstmal das wichtigste so sehr gut walltech lackierung kann man überall ne das rechte bein haben wir keine da haben wir auch modell a da können wir aber auf modell b gehen und die walltech lackierung können wir auch machen sehr schön können wir extras aluminium fehlt mir äh moment ich hab doch kurz was koddy ja ich würde gern alles mal nehmen danke ja wir sind zu schwer ich weiß aber das ist mir jetzt egal ich kann jetzt hier nämlich Extras anbringen denn ich brauche aluminium warum fehlt mir aluminium warum fehlt mir aluminium haben wir hier vielleicht was bügelsäge das ist zwar alles mögliche rüstungswerkbund können wir auch gerade mal gucken können wir hier ein bisschen was machen über überall fehlt aluminium oder federn ne federn haben wir leder den ganzen aluminium verbraucht hm hm ok kann man nix machen groß ne da bräuchten wir Blei ja Station verlassen so dann darfst du nochmal wieder einiges nehmen klemmbrett das ist federn und holz ölkanister stahl und öl wir haben nichts mit alu wir haben nichts mit alu so schutzhelm kannst du noch haben äh die habe ich ausgerüstet äh splitterminen molotov cocktails hatte ich ihm glaube ich welche gegeben gammakanone den hat er gekriegt den hat er gekriegt und die laser muskete glaube ich auch so flammenwerfer kann er nicht tragen äh gucken wir später so finde ich hier irgendwo noch alu so so sollten wir da ohne rüstung reingehen ich glaube besser nicht ne ich nehme die jetzt mal mit besser ist das so der arm fehlt uns halt ne Fabrik können wir aber mal reingehen vielleicht finden wir da alu und sowas wäre gut wäre mega so und vor allen Dingen können wir es dann hier direkt wieder reparieren ne schutzhelm so Kaffee Kaffeekanne Sicherung Superkleber Blechdose Alu wäre besser oh was bist denn du Aua 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 ich höre noch eine da haben wir noch einen Fusionskern so so eine normale Kakerlake So eine normale Kakerlake Oder? Doch, genau das ist mein Bergbauhelm. Achso, trinken kann ich. Trinken ist gut. Das macht mich wieder gesund, ohne dass ich ein eigenes Ding verbrauche. Das ist sehr gut. So, Pömpel brauchen wir nicht. Da komme ich nicht rein, oder? Da müsste ich doch irgendwie reinkommen. Von oben? Da sind irgendwelche Kabel. Da könnte ich hoch. Hm. Ist noch eine Vakuumröhre. Gehen wir mal nach oben. Vielleicht kommen wir von dort aus irgendwie rein. Na? Da haben wir hier noch ein paar von den Kollegas. Telefon nehmen wir mal mit. Alu wäre mir aber eigentlich lieber. So. Ja. Oh, was haben wir hier? Terminal des Vorarbeiters. Finanzen. Sicherheitsstür, Steuerung. Tür öffnen. Ah, dann kommen wir vielleicht jetzt unten rein. Sehr gut. Kampfmesser. Boom. Den nehmen wir mal mit. Schnapsglas. Armeehelm. Glasschale. Wein. Wodka. Achso, das sind aber nur die Flaschen. Die sind aber leer. Whisky. Whisky. Da können wir halt draus kochen. Entsperrenmeister. Okay. Bin raus. Kaffeedose. Macht die vielleicht Alu? So, dann gucken wir mal. Jetzt müssten wir eigentlich unten rein kommen. Da in die Dings hier. Bilderrahmen, Helm. Sonst ist hier auch nichts. Ja, sehr schön. Baseballmütze. Hier war doch noch, genau. Okay. Passiert nix. Nixus Passirus. So, dann gehen wir mal. Nach Südbostern. Ich habe ja immer noch kein Aluminium, glaube ich. Alles mögliche andere, aber kein Alu. Nixus Passour. Hm. Dann schauen wir mal. groß reparieren kann ich jetzt nichts. Brauche ich ja nicht. Glaube ich. Ladezeit, Ladezeit, Valeri und Valara. Hm. So, weiter geht's. Tja, soviel zum Thema Alu. Ich guck grad mal, aber ich glaube, das gibt Stahl, Plastikstahl. Da, zwei Alu. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen was machen. Zumindest ein bisschen was. Nicht viel, aber ein bisschen was. So, Extras. Helmlampe. Jetzt hab ich keine Glasfaseroptik. Da weiß ich aber, wie ich das Problem löse, weil die hat Kotzbörs. Kotti. Hey. Ich höre auf. So. Ich nehm grad noch mal alles. Danke. Dann haben wir nämlich hier jetzt die Möglichkeit, können wir auf jeden Fall mal die Helmlampe machen. Könnte ich. Ist aber deaktiviert. Ach, benötigt Rang 1. Nö, die aber nicht. Hab ich ne Helmlampe? Gut, dann gucken wir mal weiter. Mal Torso, irgendwas, was wir machen können. Da brauchen wir noch mehr Aluminium, da brauchen wir auch Gummi. Aluminium. Rechtes Bein. Da sind wir noch offen, ne, Modell. Okay, wir brauchen definitiv noch mehr Alu. Alu und Gummi und überhaupt. Dann kriegt der Kotti wieder was. Noch nicht ganz. Du musst grad noch mal ein bisschen was übernehmen. Äh. So, das darfst du alles mal tragen. sagen. So. Den Helm, den Schutzhelm. Den Helm. dann kriegst du Dreifachlauf-Raketenwerfer. Kann er nicht tragen, aber den Flammenwerfer kann er tragen. und davon kannst du vielleicht auch mal zwölf. Kannst du tragen, jawohl. Okay. Ähm. Die kann er nicht mehr tragen. Was wiegt denn die 13 Kilo? Ja, okay. Sind Sie etwas mehr? Nein, im Moment nicht. Vielen Dank. Was zum? Da oben steht ein Bus. Weiß ich nicht. so. Tut mir ja leid für dich. Kammerkanone plus. Nehmen wir auch mal mit. Aua. Achso, das Kind ist gar kein Kind. Kronkorken, Patrone, Ratterway. So. Noch einer. Oh. Ausgezeichnet. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir auch mal die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ... ... ... Vielen Dank.